Moin und damit Hedge, willkommen zur dritten Folge meiner kleinen Miniserie über die Geschichte der NFL. Heute erzähle ich etwas über die Green Bay Packers, den Erzrivalen der Chicago Bears, über die ich in der letzten Folge geredet habe. Die Packers sind somit die drittälteste Franchise der NFL, welche am 11. August 1919 von Curly Lambeau, einem kaufmännischen Angestellten der Indian Packing Company, und George Whitney Callan, einem Sportjournalisten, gegründet wurden. Lambeau bat den Vorgesetzten der Indian Packing Company um Ausrüstungsgegenstände für das neue Team, welches er gesponsert bekam, jedoch mit der Bedingung, dass er das neue Team Packers taufen würde. Somit waren die Green Bay Packers geboren und gehören zu den wenigen Franchises, die ihren Namen nie geändert haben. Die Gründung verlief sehr unspektakulär und erlangt wenig mediale Aufmerksamkeit, da Green Bay auch eine verhältnismäßig kleine Stadt in den USA ist. Richtig aufmerksam wurde man auf das Team, als man 1921 der neu gegründeten NFL beitrat. Obwohl man einen soliden Start hingelegt hat, hatte man starke finanzielle Probleme und brauchte dringend eine Lösung. Curly Lambeau entschied sich einen ungewöhnlichen Schritt einzugehen, um die Green Bay Packers in eine gemeinnützige Organisation umzuwandeln. Somit konnten lokale Geschäftsführer und Fans Anteile der Packers kaufen und somit dem Team finanziell unter die Arme greifen. Dadurch entwickelte sich eine bis heute einzigartige Besitzstruktur. Die Mannschaft gehört den Fans. So baute sich auch eine starke Bindung der Fans zur Franchise auf und rein finanziell hat es sich auch gelohnt. Die Packers hatten somit kurzzeitig keine Geldprobleme mehr. Curly Lambeau war von 1919 bis 1949 Trainer bei den Packers und hat, wie es damals üblich war, auch die ersten 10 Jahre noch als Quarterback selbst auf dem Feld gestanden. 1929 hat er sich jedoch als Spieler zurückgezogen, um sich voll auf die Traineraktivitäten zu konzentrieren. Er war sehr talentiert, neue Talente zu verpflichten und aufzubauen. Mit einem Team um die heutigen Hall of Famer Mike Michalski, John McNally, Carl Hubbard und dem neuen Quarterback Arnie Herber schafft man es 1929, 30 und 31 NFL Champion zu werden. Man stellte in den Jahren einen Rekord auf, der bis heute noch nicht übertrumpft wurde. Man war 29 Heimspiel in Folge ungeschlagen. Lambeau erschütterte ab 1935 die NFL mit einem Umschwung seines Spielstils. Er lag mehr Wert darauf, den Ball zu werfen, als zu laufen, was der damaligen lauflastigen NFL eine wahre Seltenheit war. Sein Spielplan ging aber nur auf, weil man ein junges Right Receiver Talent aus Alabama animieren konnte, Football zu spielen. Die NFL, die ausschließlich in den Nordstaaten präsent war, war nämlich dem Talent Don Hudson überhaupt nicht bekannt. Andersherum war Lambeau Hudson sehr wohl bekannt. Somit hat er es geschafft, den College Absolventen nach Green Bay zu holen. Don Hudson und Curly Lambeau gelten heute noch als Architekten des Passspiels. Viele der Passruhen, die heute noch gelaufen werden, wurden von Hudson erfunden, wie zum Beispiel die Chair Route oder die Out Route, um nur mal ein paar zu nennen. Kombiniert mit seiner Schnelligkeit und einem zuverlässigen Quarterback Arnie Herber trafen die Defensive Backs auf ungewohnte Schwierigkeiten. In einem Sturm eroberten die Packers während der gesamten Karriere Hatzons von 1935 bis 1945 die Liga. Während dieser Zeit kamen sie viermal in das Endspiel, wovon sie drei gewannen. 1936 besiegte man die Boston Redskins mit 21 zu 6 und 1939 und 1944 gewann man beide Male gegen die New York Giants. Nach Hatzons Rücktritt 1945 hielt er fast alle Vereins- und NFL-Rekorde als Wide Receiver. Noch bis heute hält Don Hudson viele Vereinsrekorde der Green Bay Packers. Zum Beispiel hatte er die meisten All-Time Receiving Yards und mit Abstand die meisten Receiving Touchdowns. Obwohl er viel weniger Spiele absolviert hat als seine Konkurrenten. Er war Erfinder des modernen Wide Receivers, war ein Vorbild für die nächsten Jahrzehnte und kam natürlich in die Hall of Fame. Die 14, seine Rückennummer, wird auch heute nicht mehr in Green Bay vergeben. Nach dem Abgang Hatzons stürzten die Packers in ein sehr tiefes Loch, bedingt durch viele Schwierigkeiten, und verpasste von 1946 bis 1958 jedes Jahr die Playoffs, was für die erfolgsverwendeten Packers eine wahre Umstellung bedeutete. Man spielte zudem im City Stadium, das seit 1925 genutzt würde und schon die besten Jahre hinter sich hatte. Des Weiteren gründete sich 1946 die All-America Football Conference, welche namhafte Owner und Sponsoren aufweisen konnte. Viele Spieler verließen die Packers, weil sie in der AAFC bessere Verträge bekamen. Zudem war Lambeau sehr konservativ und änderte sein Spielstil nicht. Obwohl die Liga überwiegend die moderne T-Formation spielte, beharrte er weiter aus seiner geliebten Notre Dame-Box. Die Lage in Green Bay spitzte sich immer weiter zu. Nachdem Lambeau die Gehälter aller Mitarbeiter und Spieler des Vereins kürzte, hatte man trotzdem nicht genug Geld zusammen. Daraufhin suchte sich Lambeau Investoren, die den Verein unter die Arme greifen sollten. Bedingung dafür wäre jedoch, dass der Verein vom Öffentlichen in den privaten Besitz überführt worden wäre. Nachdem Curly Lambeau diesen Vorschlag dem Board of Directors, den Aktionären der Packers, vorlegte, lehnten sie diesen nicht nur ab, sondern legten Lambeau einen neuen Vertrag vor, in dem ihm alle Autoritäten, die nichts mit dem Trainerwesen zu tun haben, untersagt wurden. Geschockt von dieser Reaktion unterschrieb Lambeau einen anderen Vertrag bei den Chicago Cardinals, womit eine legendäre Ära bei den Packers ein Ende fand. Nach 31 Jahren, 228 Siegen, 106 Niederlagen und 22 Unentschieden, wobei nur drei Seasons mit einem negativen Rekord abgeschlossen wurden, wechselte Lambeau den Verein. In 1950 brannte die Rockwood Lodge, das Trinkensgelände der Packers, durch einen glücklichen Zufall ab, so erhielt der Verein erst einmal genug Geld von der Versicherung, um die finanziellen Probleme zu lösen. Außerdem fand der dritte Aktienverkauf bei den Packers statt, wodurch sie nochmals Geld von den Fans einnahm. Das Geldproblem war nun vorerst gelöst, die sportlichen Probleme aber bei weitem nicht. Ein Negativrekord jagte den nächsten in Green Bay, oft erreichten die Packers nur ein bis zwei Siege in einer Saison. Neue Probleme waren in der Tagesordnung. Die NFL verlangte ein neues Stadion, da das alte fast nicht mehr bespielbar war. 1957 benannte man das neue Stadion zu Ehren der Packers-Legende in Lambeau-Field um. Nachdem sogar über eine Auflösung diskutiert wurde, brachte ein Trainerwechsel 1959 die langersehnte Wende und verpflichtete den Assistant Coach der Giants, Vince Lombardi. Dieser Coach brachte eine neue Mentalität nach Green Bay. Obwohl man keine großartigen Verpflichtungen vollbrachte, formte er ein Team, was kurz vor der Auflösung stand, zu einem wahren NFL-Champion. Dies gelangt durch viel Arbeit und Härte. Häufig gelangen Berichte von Spielern in die Öffentlichkeit, in der sie von Übelkeit bis zur Bewusstseinsigkeit während des Trainings berichteten. Lombardi galt aus kreativster Kopf zu seiner Zeit, der eine innovative Spielweise in Green Bay etablierte. Er erfand auch den Lombardi-Sweep oder Packer-Sweep, heute meist nur noch Sweep oder Jet-Sweep genannt, welcher zur damaligen Zeit unaufhaltbar schien. Der Spielzug sollte den meisten bekannt sein. Hier pitcht der Quarterback den Ball hinter sich auf einen Running Back oder Right Receiver, der mit anauf die Spielseite wechselt. Während Lombardis Zeit bei den Packers brachten die Sweeps im Durchschnitt 8,3 Yards ein, das heißt fast jedes Mal ein First Down. Diese innovative und harte Spielweise zahlte sich aus. 1961, 62 und 65 wurde man NFL-Champion. Nach dem Merger zwischen AFL und NFL waren die Packers und Lombardi aber immer noch nicht satt. Man gewann den ersten Super Bowl 1966 gegen die Kansas City Chiefs und den zweiten 1967 gegen die Oakland Raiders. Nach zehn erfolgreichen Jahren, in denen man fünfmal die NFL gewann und zweimal den Super Bowl, trat Vince Lombardi jedoch zurück. 1970 starb Lombardi an Clips. Zu seinen Ehren wurde die Straße, wo die Packers ihr Stadion haben, in Lombardi Avenue umbenannt. Außerdem heißt die Trophäe, die der Super Bowl-Champion bekommt, immer noch Vince Lombardi-Trophy. Wieder traten nach einer erfolgreichen Ära schwarze Zeiten. In den Jahren von 1968 bis 1991 gelang es den Packers überhaupt nur fünfmal eine positive Bilanz am Ende der Saison vorzuweisen. Und man kam davon nur zweimal in die Playoffs. Viele Trainerwechsel, schlechte Draftpicks und schlechte Trades prägten diese Zeit. In der Führung entschied man sich eine neue Taktik im Verein anzustreben. Man verpflichtete den ersten richtigen General Manager der Vereinsgeschichte, dem man die volle Verantwortung übergab, ohne dass sich das Board of Directors einmischen wird. Bei diesem Mann handelte es sich um Ron Wolfe, welcher drastische interne Veränderungen anstrebte. Zuerst hat er den Trainer und weitere Funktionäre entlassen. Wolfe, welcher schon ein Jahr zuvor bei den Jets Brad Favre traften wollte, entschied sich diesmal bei den Packers seinen Traum zu verwirklichen. Man tauschte einen First-Round-Pick nach Atlanta und hielt dafür den zukünftigen Hall of Famer. Nachdem sich im Spiel gegen die Bengals der Starting Quarterback verletzt hat, kam Favre überraschend früh in der Saison zum Einsatz und sollte seit diesem Spiel bis 2007 kein Spiel mehr für die Packers verpassen. Ein weiterer Coup gelang Ron Wolfe, als man 1993 den Free Agent Reggie White verpflichten konnte. Wie genau sie das geschafft haben, ist ein Wunder, denn White galt als bester Defense-Spieler auf dem Markt. Mit Favre in der Offense und White in der Defense hatte man seit langem mal wieder ein konkurrenzfähiges Team. 1993 und 1994 kam man in die Divisional-Round, wo man jedoch beide Male gegen die Cowboys unterlag. 1995 stand man im NFC Championship Game, wo man jedoch erneut gegen die Dallas Cowboys verlor. White war so dominant auf seiner Position, dass man ihn nur noch The Minister of the Defense nannte. 1996 war es dann endlich soweit. Man stand im Superbowl gegen die New England Patriots. Genau 30 Jahre nach dem ersten Superbowl-Sieg gewann man erneut und holte die Vince Lombardi-Trophy im 31. Superbowl nach Hause. Ein Jahr später stand man erneut im Superbowl, dem man jedoch gegen die dominanten Broncos mit ihrem Star-Quarterback John Elway verlor. Die Packers waren bis 2007 unter Favre noch sechsmal in den Playoffs. Man schaffte es jedoch nie bis ganz nach oben. Immer wieder versagt man in den ganz großen Spielen. Die nächste Superbowl-Teilnahme ließ noch auf sich warten. Vor der Saison 2008 verkündete Favre unter Tränen seinen Abschied. Es war Zeit für Aaron Rodgers zu glänzen. Die 4, die Brad Favre getragen hat, wurde bei den Packers gesperrt. Rodgers, der 2005 in der ersten Runde getraftet wurde, musste ganze drei Jahre hinter Favre ausharren und lernen, bis er endlich mal ran durfte. Laut eigenen Aussagen hatte er es gehasst. Aaron Rodgers schlug ihn in den ersten beiden Jahren als Starter ein. Er schaffte es als einziger Quarterback in seinen ersten beiden Saisons über 4000 Yards zu werfen. 2009 stand man bereits wieder im NFC Championship Game und verlor gegen die Cardinals, angeführt von Kurt Warner. 2010 war es dann endlich für Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers soweit. Man stand wieder mal im Superbowl. Als Wildcard Team schlug man zuerst die Eagles und dann die Falcons in den Playoffs. Im NFC Championship Game besiegte man dann die Chicago Bears, den Erzrivalen der Packers. Im Superbowl schlug man die Steelers mit 31 zu 25. Der vierte Superbowl Sieg war damit vollbracht. Der herausragendste Spieler in den Playoffs war Aaron Rodgers, der gefühlt das ganze Team aus seiner Schultern nahm. Er wurde zu Recht auch zum Superbowl MVP gewählt. Nach diesem Erfolg kam jedoch der Fluch des Aaron Rodgers. Man kam vom Superbowl Sieg bis zur vergangenen Saison 8 von 10 mal in die Playoffs. Und wo endete die Reise nie? Richtig, im Superbowl. 2011 verlor man, indem man mit 15 zu 1 die Regular Season beendet hat, gegen die 9-7 Giants in der Divisional Round. 2012 und 13 schlug man gegen die 49ers in den Playoffs aus. 2014 erreiche man mit 12 zu 4 das Temperature Game, wo man gegen Russell Wilson und die Seahawks verlor. 2015 schlug man gegen die starken Cardinals in der Divisional Round durch einen herausragenden Lauf von Larry Fitzgerald aus. 2016 erreiche man erneut das Conference Final, wo man den Falcons unterlag. Nach zwei Jahren ohne Playoff-Teilnahme konnte man 2019 erneut in das Conference Championship Game kommen, wo man wieder gegen den Langsgegner San Francisco verlor. Letzte Saison erreiche man erneut das NFC-Finale. Und wer hätte es gedacht? Man verlor gegen Brady und seine Buccaneers, dem amtierenden Superbowl-Champion. So, das war's mit dem Video über die Cremale Packers. Und hier fand ich, war es sehr schwer, das Video auf eine angenehme Länge zu kürzen. Denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Packers hatten eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. So musste ich erfolgreiche Jahre schnell abhaken, um zu den noch erfolgreicheren Jahren noch mehr sagen zu können. Denn wie Aaron Rodgers so schön sagte, Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Und wenn ihr neu seid und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Also, ciao.